Wie viele Ladepunkte haben wir im letzten Jahr gebaut? Wissen Sie das? Der Weg einer, der nach oben geht? Der Weg natürlich geht er nach oben, es geht gar nicht anders. Die Geschwindigkeit werden wir aber hoffentlich ausreichend haben, also dass wir bis 2030 beispielsweise genug haben. Okay, die Kollegen aus der Regie haben gerade den Schnellcheck gemacht. Was würden Sie schätzen, wie viele Ladepunkte haben wir in Deutschland? Weiß ich nicht. 100.000 ungefähr. Letztes Jahr haben wir wie viele gebaut, neu? Was würden Sie schätzen, wie viele Elektroautos müssen wir jedes Jahr auf den Markt bringen, damit wir die 15 Millionen bis 2030 schaffen? Hätte ich einen Knopf im Auge, würde ich jetzt einen Telefonjoker anrufen. Das weiß ich auch so. Wie viele müssen wir auf den Markt bringen? Sagen Sie mir. Anderthalb Millionen.